was ein scheiß oder ihr habt ja auch gerade gesehen also ein ausschnitt von ist schon bitter normalerweise würde ich jetzt sagen hey leute das war ein abo da likt meine videos und kommentiert fleißig aber das klassische sein weil es einfach eine traurige folge wird judy wird sagen nach dem intro geht es dann los hier haben wir an der stelle auf gehört mit der treu ist also ja letzte folge auf jeden fall wir gehen auf jeden fall jetzt mit ihm nach asgard und hat irgendwie meister lampe das für uns what the fuck ich habe gesehen nur für leute die haare am sack haben also heißt der trios hat keine haare am sack geht er das eichhörnchen ist echt ein bisschen pissig gut der marker trios nicht aber wir gehen das tor und lass uns davon nicht beirren ich lasse dich nicht zurückgehen ohne das hier ein hammer dann schlüssel bitte wenn du je einer üblen situation entkommen musst wird das zu boden und sagt kwerke klappt nur einmal kwerke danke sind die hoffe ich brauche es nicht ich auch okay wir müssen sicherlich mit geld oder sonne auf geht's wir kommen hin zu hause das ist unsere hause unsere doggos sind noch da sind die alle tot sind unsere hunde hin und so hohen ist nicht da irgendwo dem schlitten stehen die irgendwo mit garung ist ja auch scheiße irgendwo aber gut ab in die hütte der warte und erwarte der vogel auf uns die krähe die uns mit einer rasker nimmt letztes mal auch auch nicht so ein lauter krach das ist doch scheiße ach du grüne neune was passiert jetzt ich kann gerne schon gut das ist wenn wir schon gut sie ist eine ich hatte recht mit dem messer du hast einen platz für seine seele gefunden habe ich hey wie hast du mich gefunden loki das ist meine murmel und wo willst du jetzt hin wieder nach asgard hey ich benutze ihn um handeln ich das gemacht habe dann werde ich alles wissen wie ich vater rette ragnarek stoppe und vielleicht hoffentlich unser volk zurückbringen Doki, das sind alles wirklich edle Absichten. Doch es ist Odin. Du glaubst an mich, oder? Natürlich tue ich das. Ich hoffe nur, die Geschichte, die du schreibst, ist wirklich die, die du willst. Kannst du in der Zwischenzeit noch Fenn sehen? Ich pass gut auf ihn auf. Keine Sorge. Pass auf dich auf, Loki. Na dann. Ja gut, ich muss nur Odin helfen, die Maske zu vervollständigen, ohne dass er dadurch Antworten kriegt. Kinderspiel. Er ist wahrscheinlich im Arbeitszimmer. Ja, okay, gut, da gehen wir gleich hin. Ja, ja, wir gehen da gleich hin. Ihr kennt mich ja, ich lasse die Leute immer ausreden. Also die Charaktere vor allen Dingen, ne? Richtig zu erzählen. Wo fange ich an? Weiß ich nicht, wo du anfängst. Hm. Oh. Oh, wir können verbessern auf Stufe 3, stark. Mhm. Auf 2 können wir das machen. Sehr schön. Sogar auf 3. Sehr auch, sehr gut. Die beiden Punkte, die ich ausgelöstet habe, in dem sehr schön. Ja, auf Max. Äh, also so, wow, Wiederbelebung steigen. Das ist ja okay, brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, im ersten Teil war der Wiederbelebungssteil irgendwie wichtiger. Jetzt hier in dem Spiel, in dem Teil, gar nicht mehr so. Alle um die Ressourcen. Wenn das da ist, warum ist er denn nicht hier? Nur weil jemand nicht da ist, um dich zu verteidigen, ist er nicht gleich stürdig. Hallo, ähm, entschuldig die Störung. Du störst hier überhaupt nicht. Porsetti geht der Sache nach. Wir werden die Wahrheit bald wissen. Das hoffe ich. Besser du gehst. Okay. Kann ich dich, kann ich dich sprechen, junge Frau? Nein. Langes, tolles Haar. Über die Schulter geworfen. Tolles Bett. Schönes, massives Holz gebaut. Sehr gut. Oh. Ja, ist ja gut. Die übt weiterhin, war ich fleißig. Okay. Ich will jetzt nicht reden. Okay. Ja. Keiner mag mich. Ich bringe immer weiter. Panik bringt nichts. Nutze sie. Oh, der ist ja. Er ist tot. Du weißt nicht zufällig etwas darüber? Irgendwas? Na ja, ich meine, alle hassten ihn. Ja, ja. Aber hast du etwas gesehen? Etwas Auffälliges? Ich meine, du weißt, er hat Fluthart geschlagen, als wir weg waren. Vielleicht fand das jemand raus. Hat sich gerecht. Ich weiß es nicht. Willst du antworten, dass mein Sohn etwas damit zu tun hat? Ich weiß nichts. Ehrlich. Tja, ich musste fragen. Ich dachte nie, dass du etwas damit zu tun hast. Gut, dass du da bist. Also, ich weiß jetzt, was falsch lief. Ich hatte falsch übersetzt. Ach, wirklich? Ich dachte jene, das ist das Schreis des kalten Atems. Aber es heißt, das Schreis des ersten Atems. Na, das ist ja ganz woanders. Ich weiß, wo das ist. Junger Mann, du hast es geschafft. Los! Nimm die Maske, nimm das Schwert, nimm den Vogel. Okay, wir sollen ein Tor suchen. Machen wir doch. Hey, Ingrid, weißt du vielleicht, wo Tor ist? Ja, dachte ich mir. Na, wo kann er sein? In der Bar? Wo steckt er, der alte Trinker? Oh, sie bringt uns zu ihm. Sehr gut. Na, hast du ein Problem? Die Tratschen, du hast es, die Tratschen. Die haben Angst von mir. Und die glauben, ich habe Heim der Ungewahrt. Aber nein, das war mein Papa. Also, sprich, vor, äh, vor sage ich schon. Katos. Weißt du gar nicht mehr, Vater. Hä? Hm. Du hast später noch genug Zeit, ihr zuzusetzen. Danke, Loki. Das sind ja ganz normal, obwohl das Untote sind. Lustig. Ach, da oben ist so ein drachenartiges Ding. Okay, dann gehen wir jetzt hier in die Kneipe, oder was? Wir sind drin nicht erlaubt. Wir lassen sie hier. Okay. Tu es einfach. Na gut. Oh, Dunkelheit. Hier lang. Oh. Na los. Sie werden dich sonst nicht reinlassen. Hm. Wo ist denn der krasse Typ? So fett in der Ort fit. Geil. Sie dich um. Eine Spülunke. Die haben wir alle entziehen, der es geschickt. Oder mehrmals getötet, kann das sein? Besoffene. Haha, geil. Sehr geil. Ja, hinten sitzt er. Unser Fleischkloß. Scheint wohl ein schlechter Moment zu sein. Also, wenn du Zeit für dich brauchst, verstehe ich das. Keine eine, aber... Genau, wo ich dich vermutet habe. Was machst du hier? Du solltest nicht hier sein. Du... Du hättest ihn hier herbringen sollen. Was machst du da? Entspannend. Habe ich keine Eile gesagt? Ich meinte, dass... ...wir los müssen. Ja? Wir wollen nicht, dass der Eifahrter... Ruhe! Er hat recht. Du solltest los. Vater. Tu das nicht. Es ist bereits getan. Jeder soll wissen, der Gott des Donners ist Meister in zwei Dingen. Riesentöten... ...und Mildpissen! Und jedem, der widerspricht... ...zeige ich mir hier... ...Gesicht zuerst. Das ist... Das bist nicht du! Thor. Hugin, warte draußen. Bitte, lass uns... Ich sagte... ...Ruhe, Junge! Mein Name ist... Nein, 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 ich höre, das war keine... Scheiße! Oh, was passiert hier? Geil! Wo ging unsere Sachen wieder? Oh, wie ich das vermisst habe! Ja, kann es noch! Oh! Oh! Oh, nein! Na los! Oh, ah! Einfach magischen... Nein! Oh, geil! Ich hole die Bassen! Ja, und so war ich... Ich kann gar nicht... Na! Wir dürfen nur nicht hier drin schießen, anscheinend! Na, wir haben auch ihre... Ihre Dings nicht, ne? Ihre blauen Fähigkeiten haben sie nicht! Also, ihre... Ihre, ähm... Wie heißt diese Scheiße? Die Fröst! Haben sie nicht! Sehr gut! Thor, der fette Helden! Der chillt! Oder das ist ein anderer Fettzack! Du könntest auch helfen! Meinst du nicht? Das ist doch für... Ist das dein Ernst? Äh! Die nächste... Oh! Boah! Ich will dir gerne meinen Bogen wieder, hätte ich gesagt! Boah, was? Okay, das ist schon mal sehr gut! Äh! Wir haben Leben bekommen! Sehr nett! Sehr schön! Und einmal weg! Sehr gut! Haben wir gleich geschafft! Ja! Sehr stark! Und weg mit dir! Ich dachte, wir dürfen nicht keine Töten drin, oder man darf ja gar nicht kämpfen! Danke, Schwert! Das ist echt die große Hilfe! Große Fette! So schilden nicht wieder rum! Oh nein! Nice! Oho! Alter! Ich darf sagen jetzt, warum ich will, wie geil ist das denn? Oho! Er hat wohl nicht gereicht! Wieso bist du nicht bewusstlos? Und? Oho! Sehr gut! Oh, was war das? Hammer! Oh, wer ist das da unten? Uiui! Lass ihn in Ruhe, Alter! Na los, fertig! Aua! Boah, Samar hat ihn vernichtet! Uh, der Kopf ist weg! Alter! Ouchi-Bochi! Was, wenn du wieder anfängst? Sofort! Stell ihn einfach! Nimm seine Arme! Bringen wir ihn weg! Guter Kamm! Oh, der Kopf ist weg! Autsch! Hey, ich bin stark! Aber du musst mir hier mal helfen! Der ganze Schub muss kaputt! Komm schon, es ist nicht weit! What? Ach. All right. Toa? Steh auf. Ah, Thrudy. Du gehst jetzt nach Nevelhaim mit Loki. Befehl vom Allvater. Steh schon auf. Ich weiß, du bist enttäuscht. Enttäuscht? Nein, 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 nein. Das war ein glorreicher Kampf. Du kannst dich nicht mal mehr entschuldigen, oder? Was bedeutet schon ein Versprechen? Großvater hat dich wie Dreck behandelt. Dir ging es mies. Das verstehe ich. Aber du kannst nicht... Wir sind für dich da. Mutter und ich sind für dich da. Selbst wenn du hier bist. Wir lieben dich. Das weißt du. Ich dachte echt, wir hätten das überstanden. Wir haben Mist gebaut. Ja, sehr großen Mist. Soll ich dir etwas Wasser bringen? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Hurken! Bringen wir es. Wir dauern uns. Du schnellst zurück in der Maskert? Bringen uns einfach zu diesem Maskenteil. Oh, cool. Wir haben den Dicken wieder auf unserer Seite. Sehr schön. Aber hier oben schön ist. Was ist hier? Oh! Hacksilber, sehr gut. Ich wünschte, du könntest das riechen. Sind wir jetzt hier gelandet? In Niflheim. Noch mal ein bisschen Hacksilber. Ihr seht schon, ne? Ich erkenne sofort, wo was geiles ist hier, ne? Da wollen wir richtig viel Münzen abgreifen. Keiner Lust, Dickerchen. Ich glaube, wir müssen da lang. Offensichtlich. Ui. Na los, Tor, mach was. Sehr schön. Das ist ja einer. Voll daneben. Aber es kommt Tor und schmeißt sich in die Wand. Und das war's für dich. Großvater ist nicht cool für ihn. Überhaupt nicht. Geh durch, ne? Durch diese Wand. Das ist offensichtlich, oder? Sieht aus, als müssten wir durch diese Wand. Ich muss erst noch was erledigen. Do it! Oh, geil. Aber der, der Tor in dem Marvel-Film, der verträgt kein Schiff der Alkohol, ne? Der wird ja nicht besorgen, ne? Ne, ne, wird er nicht. Mach auf jetzt. Kabumm. Sehr schön. Ha, ha. Loki, du versuchst ja mal wieder. Ich weiß nicht mal mehr, was du versuchst. Ha, ha. Aber du hast keine Ahnung von der Scheiße, die ich durchgemacht habe. Ja, als Halbriese und Sohn eines Gottes mit unmöglich hohen Erwartungen. Woher sollte ich das wissen? Okay, hier gibt es nichts weiter. Oh. Danke, Frau. Und tschüss. Alter, stirb! Was war der Unfug? Warum überlebst du so lange? Dann müssen wir wohl den Weg gehen. Ja. Wir laufen den Weg hier entlang. Was haben wir hier? Blasse Wiesen. Okay, wie blass ist das denn hier? Hier kommt bestimmt ein Riesenmonster oder irgendwas wartet doch hier auf uns, oder? Oh Gott. Du bist froh, dass ich diese Schmeidung will. Überhaupt auch. Gerne geschehen. Ach. Einfach nur den Bauern ins Bauschießen. Oha. Na los. Einmal weg mit dir. Dich können wir hier überhaupt nicht gebrochen. Nee. Und. Sehr gut. Oh. Wo ist denn der? Hier, der hier, ne? Oha. Heee. Ja, genau. Sticht geradezu, wo ich aufstehe. Was für ein Scheiß, Alter. Ficken. Scheiße. Was? Bro, what are you talking about, man? Einmal Leben holen. Oh, danke Tor, dass du da auch noch was machst. Da liegen ja ganz viel Leben rum. Oh, was? Du springst die auseinander aus. Problem gelöst. Ja, ja, ist ja gut. Du bist ja ein bisschen stärker als ich. Würde ich behaupten, ne? Alter. Ja. Krass, wie er den ja verplatt gemacht hat, ganz schnell. Ohne Probleme. Ich glaube, wir müssen hier lang. Nicht? Da durch. Da durch. Vor uns. Okay. Da kommt der Dicke schon da angelaufen. Ach ja, den lustigen Part hat man schon gehabt. Ja, das hat anscheinend viel zu bedeuten für Tor, ne? Wenn man sagt, das wird lustig, dann wird das einfach nur lustig spielen. Das kommt da. Äh, Captain irgendwas für uns, ne? Okay, ist schon mal nett. Aber auch nur mit Heilwerkraft. Tschüss. Okay. Geht kaputt. Ohne. Und noch mal eine kleine Kiste. Für uns. Dankeschön. Ist hier hinten irgendwas noch? Ne, hier geht's doch wieder runter. Ja, okay. Und hier geht's runter. Ohne Schützi. Hier hoch. Okay. Einmal hier hoch. Ein bisschen Silber für uns. Und jetzt? Hm. Da sind wir doch gekommen. Hä? Ich versteh's nicht. Sind wir doch gekommen, oder nicht? Tor wartet hier oben auf uns? Okay. Da lang. Achso. Hä? Hier hoch. Da scheint ein Weg zu sein. Ach. Geil, wir haben einen geheimen Durchgang gemacht. Sehr gut. Auch gut. Und genießt ihr die Freiheit? So ganz ohne den strengen Blick von Fadir. Ich, äh... Tja. Ja schon. Es ist anders, als ich es kenne. Auf gute Art. Oh. Wir müssen wohl diese Klippe hinauf. Und ich denke... Ja geil. Ja, nice. Okay. Wo sind wir jetzt? Nebelfelder. Sehr gut. Oh nein. Schon wieder der nächste Boss. Weil da... Äh... Vielleicht... Ich schau mal. Ja, sieht gut aus. Die Richtung sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ist hier noch irgendwas? Ah, guck mal hier. Oh. Ah, nice. Schön mit dem Kriegsgebruch. Boah. Hey. Danke Tor für nichts. Wirklich. Er lebt immer noch. Und tschüss. Das war's. Den Grabstein kann man nur aktivieren mit Kratos. Aber dafür bräuchten wir dann Kratos. Mhm. Die hat ja glaube ich die Schlüssel für diese Gräber. Dann könnte man theoretisch gegen so einen Berserker noch mal kämpfen. Aber die waren ja echt ätzend die Viecher. Was? Zwei Sekunden später. Hop, 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 hop. Einmal hier rüber. Zack. Das war jetzt nächstes. Schauen wir einfach hier hoch. Ich glaube, sie sind da... Was gemeldet sich? Hier geht's nicht weiter. Hier sind wir lang? Okay, machen wir doch glatt. Oh, überall ist Schwerter. Mhm. Na, hier lang. Hier. Oh, oh. Da ist die andere Hälfte, wa? Ja. Haben wir die Maske jetzt vollständig? Ja, wir haben die Maske vollständig. Das war knapp. Ähm, danke, Thor. Ich wollte die Maske nehmen. Oh. Das ist es. Wir stehen kurz vor großen Dingen. All unsere Arbeit. Gemeinsam. Gern geschehen. Oh. Oh. Tut mir leid. Ihr seid hier. Weshalb? Sein Vater tötete Hemdall. Forsetti hat Beweise. Schnappt ihn. Nein. Lasst ihn in Ruhe. Ich befehle es. Du sagtest, es wird kein Asenblut mehr vergossen. Du sagtest, Familie geht vor. Glaubst du nicht, dass es Vergeltung dafür ist, dass er sich hier aufhält? Er hat deine Enkeltochter in Gefahr gebracht. Deinen Sohn unglücklich gemacht. Loki hat Hemdall nicht ermordet, sondern sein Vater. Deine Tochter ist alt genug, ihre eigenen Fehler zu machen. Und dein Ehemann hat wieder zu trinken begonnen, weil er es wollte. Wegtreten! Ihr zwei, auf ein Wort. Siehst du nicht, was hier geschieht? Er beschützt uns nicht. Magni. Modi. Unsere Jungs. Wir erzählten ihnen Geschichten und saßen am Feuer. Erinnerst du dich? Wir haben ihnen Holzpferde geschnitzt. Wir haben gespielt und gelacht, bis die Sonne sank und sie bei uns eingeschlafen sind. Dann schickte Allvater sie in den Kampf wie brüchige Messer gegen eine Gebirgswand. Und wofür? Was, wenn Flut stirbt? Du... Du tötest meine Söhne. Schläfst in ihren Betten. Bringst meinen Vater gegen mich auf. Meine Tochter... Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Weißt du, mir ist endlich etwas eingefallen, dass ich dir beibringen kann. Hey, lasst das! Ich hoffe, du hast recht. Quäl dich! Shindry! Du weißt, wie man ein Abgang plant. Das war knapp. Oh, Papas am Start, geil! Ja, wie geil! Boah, das ist geil! Meine Fresse! Aber in Asgard bin ich wohl nicht mehr willkommen. Warte, warum warte ich hier draußen? Shindry sagte uns, wo du ankommen würdest, wenn du Ärger hast. Oh, ich dachte, ihr werdet ohne mich auf Erkundung. Nein, Junge. Dein Vater hat sich Sorgen gemacht. Aber jetzt, wo du es sagst... Neh mir! Ach bitte! Zuhause ist alles so voll und angespannt. Vermisst du nicht, dass wir drei losziehen und Abenteuer erleben? Das unvermeidliche rauszögern. Ganz genau! Nicht die schlechteste Idee. Ich will allen die Maske zeigen. Aber das hat Zeit. So, wo geht's hin? Wir gehen dann einfach das Tor. Ach, wir sind zuhause. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal hier die Quizfelder machen. Mhm, 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 mhm. Ich bin wieder da. Hey, hey! Ich hole Tiert. Komm zu uns an den Tisch, wenn du bleiben willst. Seht ihr? Ich sagte doch, der Schlüssel bringt ihn heim. Wegen einem Schlag und einem Hammer. Zwergenmagie ergibt keinen Sinn. Nicht wahr? Das eine war... ...hat Dunder ein Brustschild aus Bunde gelegt. Du bist zurück? Ist alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich hoffe nur, dass dieses Ding den Preis wert war. Du hast sie. Was hat sie dir gezeigt? Ich konnte sie noch nicht benutzen. Ich musste fliehen. Wegen Heimdall. Aber zumindest hat Odin sie auch nicht. Aber... Wenn du keine Antworten von der Maske bekommen hast, hast du einfach nur Odins größten Schatz gestohlen. Gleich nachdem dein Vater seinen treuesten Anhänger tötete. Niemand ist sicher. Nicht mal hier. Wir haben also keine Wahl. Wir finden Sutr, blasen das Dyatlahorn und führen Odin seiner Strafe zu. Jetzt! Du würdest jede Seele in Asgard einäschern und es Notwehr nennen? Schmiedet er auch mal einen Plan oder macht er nur die der anderen schlecht? Der offensichtliche Plan liegt direkt vor uns. Wir brauchen Odin für die Maske nicht. Wir schleichen uns nach Asgard und nutzen sie selbst. Direkt vor seiner Nase. Wir holen uns das Wissen, um diese Kriegsprophezeiung ein für alle Mal zunichte zu machen. Nur, solange es mir tut, haben wir keinen Weg nach Asgard. Sie haben das große Horn, oder nicht? Oh, sie sollen sich also nach Asgard schleichen und ein Horn blasen, das durch alle Welten schallt? Ich meine, dass du mir den blauen Hinterlecken kannst. Bitte, denkt einfach mal darüber nach. Hm. Okay. Hier ist Plan überdenken. Klingt interessant, ne? Aber wir können ja mal gucken, was der die blaue hier zu sagen hat. Oh, ich kann dir alles Mögliche schmieden, aber sicher nicht deine Pläne. Ich werde dir aber zuhören, wenn du so weit bist. Warte, Antwort. Kann wir irgendwas bauen? Basteln? Haben wir irgendwas? Oh, wir können die Leviathan nackst. Nee, können wir doch nicht. Hä? Ich dachte hier halt geleuchtet. Was soll der Scheiß? Aber unsere Gäste kommen wir hier bis hin. Aha, was kann das Ding? Laden Sie das Schwert auf, um Gesundheit zu opfern und schaden. Wir sind auf der verlorenen Gesundheitswängern anzurichten. Okay, können wir einfach... Mhm. Na dann. Was hat denn hier noch verkauft? Was kann man denn verkaufen? Artefakte? Oh. Sauber. Ist das krass? Nee, eigentlich war ich doch gar nicht fertig. Hallo, ich war doch gar nicht fertig. Vielleicht können wir noch irgendwas für eine Rüstung machen. Rüstung? Rüstung? Ja siehste, die können wir nämlich herstellen. Wir können ihren Kyras jetzt erhöhen auf Stufe 8. Nice. Bin ich gut oder was? Hier geht nichts mehr. Armschienen. Da fehlt uns einfach Silber. Da haben wir nichts. Und die Rüstung können wir auch nicht. Da siehst du schon, Max. Hier sind nur noch die Armschienen und die Schultern. Dann sind wir ziemlich stark mit ihm unterwegs. Sehr geil. Sehr geil. Dann wollen wir uns noch was sie noch zu sagen haben. Und dann machen wir weiter. So. Ja. Die Entscheidung kommt jetzt von ihnen. Die leichten Antworten, die sie verspricht. Eins weiß ich. Abkürzungen haben ihren Preis. Atreus. Du hast sie getragen. Was meinst du? Sie ist eine Chance. Schlimmstenfalls nutzen wir sie als Köder für Odin. Bestenfalls, wenn sie wirklich alle Antworten hat, gehen wir unseren eigenen Weg. Und niemand muss sterben. Toll. Jetzt brauchen wir nur einen Weg nach Asgard. Ich weiß, dass ich eine Bürde gewesen bin. Ich weiß, ihr habt euch gefragt, warum ihr mich aus diesem Loch geholt habt. So wie ich. Jetzt weiß ich es. Hierfür werde ich gebraucht. Das ist meine Bestimmung. Ein letztes Mal nehme ich meinen Speer und ich führe uns nach Asgard. Verzeihung! Aber wenn du einen Weg nach Asgard weißt, wo genau war denn diese Idee die ganze verdammte Zeit? Das ist eine ziemlich vernünftige Frage. Du hast Asgard geschützt. Du hättest uns alle umgebracht. Und wir mussten Loki Zeit geben, sein Schicksal zu finden. Hier ist es. Alles führte genau hierher. Wenn wir wirklich reinkommen, dann hole ich mir Odin. Ich halte dich nicht auf. Wir können beides. Ganz richtig. Wenn uns die Maske keinen Ausweg bietet, dann wenigstens einen kleinen Vorteil. Nichts dagegen. Dann lasst uns gehen. Und zwar schnell. Bevor er weiß, dass wir kommen. Er hasst Überraschungen. Ganz langsam, du elender Baum. Ich will immer noch die Details hören über diesen, äh, neuen Weg nach Asgard von dir. Spuck's raus! Ein uralter Pfad. Von hier erreichen wir ihn nicht. Wo dann? Ich hole nur meine Sachen. Dann zeige ich's dir. Du hast keine Sachen. Und wohin willst du mit dieser Maske? Das Ding gehört dem Jungen. Er hat's verdient. Du hast nichts gemacht als halbwegs essbare Suppe. Brok, ist schon gut. Ist es nicht. Die Sache stinkt. All diese Teile passen gar nicht richtig zusammen. Wie? Dass er die ganze Zeit Loki zu dir sagt. Du kennst seinen richtigen Namen. Hey! Ich rede mit dir! Selbst du lieber als der Mund! Nicht, Brok? Ausgerechnet! Odin! Lass den Jungen gehen und stell dich mir! Dein Bruder soll mir die Maske geben, dann bin ich dabei! Stehen! Freya? Wenn er stirbt! Na na, das war nicht der Teil des Plans. Aber wenn er stirbt, sind wir quick wegen Heimdall. Und ganz ehrlich, da hab ich draufgelegt! Ich werde dich töten. Verlass dich drauf! Mhm. Schön wieder Zeit mit dir zu verbringen. Freya! Bitte! Ah, ah, ah! Du kannst nicht an zwei Orden zugleich sein, Freak! Hey! Ich halt schnell und ihr auch! Tut nichts, was ihr noch bereut. Ich bereue viele Dinge. Dich zu töten wird nicht dazugehören. Jetzt lass sie los! Ich hab die Kontrolle! Hier! Her mit der Maske! Los! Matthäus! Zu schade, Junge. Wir führen wohl doch einen Krieg. woah! Bitte, du musst ihn retten. Du musst es. Geh nicht. Geh nicht. Vielleicht, wenn ich zum See zurückgehe. Lass es. Ich weiß, was du getan hast. Und ich vergebe dir. Aber du musst aufhören. Du musst loslassen. Doc. Daniel. Die ganze Zeit. Was machen wir jetzt? Jetzt. Jetzt töten wir Odin. Und jeden, der uns aufhalten will. Matthias. Matthias. Komm. Was? Wohin? Das spielt keine Rolle. Wo geht ihr hin? Wir sind raus. Wir sind raus. Wir brauchen dich hier. Wir brauchen dich hier. What the fuck? Ihr wisst ja, ich sag ja nichts in den Abspannen, wenn da was passiert. Vielleicht ein paar Kommentare lasse ich doch schon fallen, wenn ich ein bisschen schockiert bin und so. Warum musst du jetzt Brock sterben, Alter? Also ich muss sagen, Brock, in der ganzen Geschichte ist er der geilste Charakter gewesen, ehrlich gesagt. Bei dem Schmied, mit der Schmiedin, seine Sprüche, die er raushaut. Er war eine ehrliche Haut. Wirklich. Er war wirklich ein cooler Typ. Ja. Muss ich ehrlich zugeben. Ich beende jetzt die Folge für heute. Und wir sehen uns zunächst mal wieder. Mach's gut. Bis dann. Dein Damir. A.K.A. Bärenkoate. Adio. Und ciao, ciao. Aber beide Sachen muss ich noch loswerden. Rest in Peace, Brock. Rest in Peace. Willkommen in der Endcard. Links könnt ihr euch ein anderes Video noch anschauen, wenn ihr wollt, von meinem Kanal. Und rechts könnt ihr ein Abo dalassen. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Mach's gut. Bis bald. Dein Damir, A.K.A. Bärenkoate. Adio. Ciao, ciao. Ciao.